Erstmal unten rechts. Ja, geh weg. Könntest du die Güte haben zu sterben? So. Sehr gut. Und hier jetzt unten rechts. Das macht er aber nicht auf. Ach, hier ist tatsächlich nur ein Fragment davon. Okay. Muss doch irgendwelche Hebel oder so sein. Hier hinten war noch was. So. Okay. Für was sie sonst die Energie brauchen weiß ich ja nicht. Weil speichern ist ja wurscht. Irgendwie. So. Nicht runter, sondern... Wo war denn das? Nochmal da rüber. Hier rüber... Und... Muss man die Karte näher ansehen. Runter... Runter... Okay. Mal drunter. Da drüben ist es doch. So. Stopp, stopp, stopp. Das Ding will ich jetzt haben. Ich weiß nicht für was ich brauche aber ich will es haben. So. Sehr gut. Und jetzt muss man nach rechts. Aber nach oben könnte er noch. Hier gibt es vielleicht auch noch was. Ja. Hier gibt es bestimmt noch was. So. Ja. Nein. Nicht gut. Na gut. Darunter bringt mir das was. Zwei geht noch. So. 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 Furchtbar. So. Ein Stress. Für. Nix. Oder? Nein. Für. Nix. Für. Nix. Für. Beschwerlichen Aufstieg. Mega gut. So. So. Ich muss erstmal weiter nach. Da drüben. So. 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 Wie war das? Upsilon. So. 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 Wie kommen wir da ran? Karte ansehen. So. Bis hier irgendwas bei mir … Nein. Jetzt nach links oder rechts? Machen wir mal nach links … ja feierabend hier hier ja hier muss ich quasi drauf dann hier kommt bestimmt auch erst die energie kristallik immer auch noch so genau hier kam mir ja nicht weiter blaues moos da kann man entlang laufen warum geht es bis hier hoch nix verstecktes ok so ein teil er leidest weniger schaden einen halben bildschirm entfernt was macht er belastbarkeit zehn prozent weniger schaden jetzt habe die was habe was habe denn als für fähigkeiten wie kann er mir anlegen da ist das spiel hier hinten wissen was das kann ich erst nachher bekommen ok so ein wunderschönes spiel hier ja das kann ich erst nachher kommen dann geht es jetzt drauf und links hat da sagt er da ist noch was da oben ok auf ich sehe es ja aber ich komme nicht hin oder so und hier geht es irgendwie runter Ah, da war er. Okay. Was ist hier los? Okay. So. Hier möchte ich gerne hin. Okay. Kommen wir hier rauf. Irgendwie bestimmt. Nicht gut. Okay. Nein. Nicht gut. Nicht gut. Geht er weg. Okay. So. Ah, da ist die Lebenszelle da unten. Sehr gut. Die will ich natürlich. Oh, fuck, fuck, fuck. So. Wo war die Lebenszelle? Hier unten irgendwo. Komplett neuer Bereich. Bin direkt drüber. Hier unten. So gut. Schnappt das Ding weg. Holt er die Lebenszelle. Fragment eine Lebenszelle, okay. Ich möchte jetzt gerne spa- Äh, hallo? Okay, da kommen wir erst irgendwann hin. Die Gegner kennen wir natürlich. So. Wenn ich hier jetzt stirb. Dann speichert er hier hoffentlich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.